Hm, ein Baum? Dann muss ich wohl erstmal Zerschneider finden. Ha, du hältst mich nicht davon ab, der Allerbeste zu sein. Glumander sollte ihn niederbrennen können. Glumander, benutzt Flammenwurf. Ah, nein, doch nicht auf mich. Auf den Baum. Was zum? Ich dachte, Pflanzen haben eine Schwäche gegen Feuer. Hm, vielleicht ist der Baum zu feucht und zu brennen. Hm, dann brauche ich was Hartes, um ihn wegzuschneiden. Glumander, benutzt Metallklaue. Wow, auf den Baum. Nur auf den Baum. Oh, kommt schon, nicht mal ein Kratzer? Ähm, hm. Ich hab's. Okay, Diktor. Grab uns mit Schaufler einen Tunnel in die Arena. Okay, das war nutzlos. Taupsi, benutzt Fliegen und flieg mich rüber. Okay, warte mal. Ich versteh's nicht. Du bist ein Flug-Pokémon und kannst nicht fliegen, bis ich diesen Orden gewonnen hab und die verdammte VM. Du hast zwei gesunde Flügel. Warum kannst du nicht fliegen? Naja, auch egal. Kapador, benutzt Zaffer. Aha. Okay. Ich kletter über den Zaun. Das ist ein elektrisch geladener Zaun. Sehr beeindruckend, Zaun. Doch was sagst du dazu? Geo-Rock, benutzt Walzer und mach den Zaun kaputt. Okay, das war ein Reinfall. Du, Flor, töte den Baum mit irgendeinem Puder. Wow, so ein Vollidiot. So ein Vollidiot. Kein Traumfrisse. Oh, Junge. Was soll die Scheiße? Hey Leute, hat euch das Video gefallen? Dann abonniert doch gern diesen Kanal hier. Und wenn nicht, lass ich mein Glumander auf euch los.